Eigentlich ist doch diese Technologie, die Idee auch der Wärmepumpe, eigentlich ist das doch ein großartiges Instrument. Ich habe gerade privat eine Wärmepumpe bestellt, also insofern müssen Sie mich... Das ist ja völlig irre. In der FDP gibt es mittlerweile mehr Wärmepumpen als bei den Grünen. Das ist doch völlig verrückt. Müssen Sie mich nicht katholisch machen, aber... Weiß Kubicki, dass Sie eine Wärmepumpe haben? Ich glaube, er hat selbst auch eine. Nein, aber Sie müssen mich nicht katholisch machen. Aber warum soll ich, wenn ich Wald habe... Welche Wärmepumpe haben Sie? Luft oder... Bohren Sie? Haben Sie Löcher gebohrt? Was haben Sie gemacht? Nein, die ist ja das bestellt. Also insofern... Aber Luft oder Bohren? Luft. 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 Okay. Und vertrauen Sie auf Wasserstoff-Ready? Ja. Sonst hätten Sie doch was anderes eingebaut. Nein, nein. Nein, nein. Das ist halt ein Neubau und da habe ich das für geeignet gehalten, ja.